Herzlich Willkommen zurück meine Lieben zu MSP oder auch Movie Star Planet. So, ich dreh mal hier am Rad. Wenn er sagt zu mir, dreh am Rad, dann dreh ich natürlich am Rad. Warum hat Zack da so komische Dinge? Oh, es gibt Coins. Oh, ne, ich, nein, ich dreh nicht nochmal. Nein, 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 nein. Oh, guck, oh, was ist hier? Oh, okay. Hey, seid ihr alle doof? Warum? Ich kann nicht, nicht schlafen. Ihr seid doof und ihr verletzt mich immer. Warum, warum ist Victoria Francaise 1, 2, 3 verletzt? Ich weiß es nicht. Ich wusste gar nicht, dass man hier überhaupt verletzen kann. Ich dachte, es ist ein Online-Spiel für, naja, eher jüngere Menschen. Aber das stimmt auch so nicht. Hier kann hier jeder dabei sein. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Oh, ich habe ein paar Freundschaftsanfragen. Geil. Jawohl. Annehmen. 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 Lina 12. Julia Tara. Freaky Yuli. Lola 123 Xo. Knuddel... Knuddel Uffi. Okay. Larissa. Nein, Lissa. Entschuldigung, Lissa. Nicht Larissa. Samy Beatrice. Ich lese jetzt alle vor. Spirit Time. KS Girl XD. Oh Gott. XX YOLO Bro. Hey YOLO Bro. Oh Gott. YOLO Bro. Wuschelsöckchen. Das ist dann dieser Name. Princesna. Princesna. Princesna? Ist so polnisch oder sowas, ne? Christina. Bling, bling, Christina. Miss Sophie, okay. Blobby Girl. Und Layla Ponies. Ja, willkommen auf meiner Freundesliste. Na, guck mal hier. Wuschel Ding ist auch gleich online. Wuschelsöckchen. Umge Level 11. AGs bekommen. Back. Okay, warte. Da kann ich dir ein Autogramm geben. Ich gebe dir ein Autogramm, oder? So, jetzt hat sie ein Autogramm von der echten Päcki bekommen, oder? Was habe ich da? Boah, ich habe... Alter. Ah ja, okay. Okay, ich habe ein Autogramm... Ah, 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 ah. Oh Gott. Spirit Time. Hi, Päcki, ich finde dich echt cool. Cool, dass du auch mal MSP spielst. Ich habe dir zwei Geschenke gemacht. Sorry, hatte momentan nichts Besseres. Okay, wie sehe ich das? Wo sehe ich die Geschenke? Also erstmal Spirit Time, danke. Das ist sehr lieb von dir. Aber wo sehe ich die Geschenke? Wie kann ich das... Wo kann ich das sehen? Sie schickt ein Herzchen. Die ist sie. Äh, hab dich mega lüb, was? Päcki? Ah, ich liebe deine Videos und dich. Hab dich mega geliebt. Oh, dankeschön. Das ist aber lieb von dir, Nina... 12. Leisa hat mir ein Autogramm gegeben. Boah, 180 Fame. Geil. Ach, deswegen bin ich schon Level 6. Ah. Ha, ha, ha. Aha. Knuddelofi hat mir auch ein Autogramm gegeben. Dankeschön für eure Autogramme. Das ist ja mega cool. Also ich habe schon gelernt, Autogramme sind wichtig, weil für Autogramme kriege ich Fame. Ja, wenn... Wenn... Ne? Oder? Oder? Ja, oder? So, wie viel haben wir denn hier? Animefe. Hi, wie geht's? Äh, mir geht's gut. Äh, Melanie? Hey? Ja, hi. Äh, ich weiß nicht, ob ich auf all das antworten soll. Ich antworte da mal so. Oder hier, ich weiß auch nicht. Umgepacket spielst du ja MSP. Ja. Der Master. Was? Äh, cooler YouTube-Channel. Ich bin übrigens Max. Kannst du mir mal YouTube vorstellen und machen, wo du mich vorstellst? Fragezeichen XD. Ja, das mache ich doch gerade, oder? Der Master. Der Master also. Da hat Jennifer. Hey, kenne dich von YouTube. Ich kenne mich hier etwas aus. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mir gerne fragen. Dankeschön. So. Gott. Diana schreibt. Hey, Peggy, du bist der Beste. Bitte meine Freundschaftsanfrage an. Hab ich. Habt ihr wirklich geguckt? Super, Peggy. Hashtag. Danke. Bati Boni Party. Bati Boni Party. Hallo. Hallo, Bati Boni Party. Oh Gott. Wir sind noch mehr. Wie viel sind denn das? Das ist ja unfasslich. Cool. Ähm. Hey, Peggy. Ich hab dir so ein Autogramm. Okay. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen. Cool. Danke. So, okay. Ich bin ein Fan von dir. Hallöchen. So. Oh, das geht ja voll ab hier. Das ist ja total. Das ist ja voll der Fame, ey. Danke für das Autogramm. Danke für das Autogramm. Danke für das Autogramm. Lucy Movie Freak und Luna und Black Night Girl. Luan. Hey, ich liebe deine Videos. Umgeh, du spielst MSP. Cool. Abonniert ihn, bitte. Oh, danke schön. Danke schön. So. Ich bin jetzt hier voll die Community. Runde. Victoria Wild. Hi. Hi, Victoria. Hi, Victoria. Oh Gott, wie viel kommen denn dann noch? Oh, da sind noch einiges. Hey. Hey, Masks. Masks. Lift. Ach, die Lift Dognos. Danke. Die kenne ich doch aus Starstäble. Hey, Peggy. Hi. So, immer schön. Hey, ich bin von YouTube. Ich auch. Hallo, habe YouTube gesehen. Ah. Cool, yo. Luan. Hat mir ein Autogramm dagelassen. Dankeschön, Luan. Pink Khan Card schreibt. Boah. Ach, da der Barki ist ja wieder da. Hey, Peggy. Du bist der Basterd. Denn es gibt... Ich habe dich da lieb. Barki. Deine Lilly oben. Danke, Lilly. So. Ja, Barki ist ein Insider wegen dem Livestream mit Barbie. Das ist die Kombination aus Peggy und Barbie ist Sparky. Oh Gott, wie sind das viele? Dankeschön, Kim, für dein Autogramm. Haha, so kaputt gelacht bei dem neuen Let's Play auf YouTube. Haha, Daniel-Fan. Danke. Daniel-Fan. Du bist cool. Ich kenne dich nämlich durch deine Videos. Ich will gemütlich schreiben. Dankeschön. Maria. Na, XT. Na. Na, Kev, Kev. Alles krass bei dir. Ah, genau. Du bist zu fame. Ja, genau. Mit Universum Lauf. Da gibt es eine Folge. Die habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Ähm. Die kann mir keine Freundschaftsanfrage schicken, weil sie zu fame ist, glaube ich. So war das. Irgendwie war das so. Dankeschön, Pferdefreak. Nice girl. Danke. So, das ist eine ganz schöne Bedankungsfolge hier. Gott. Ah, okay. Alles klar. Die, die kenne ich. Das sind meine... Die habt ihr... Die habt ihr schon, äh... Gesehen jetzt eigentlich in den Folgen vorher. Also da muss ich nichts zu erklären. So. Alles klar. Hier alle Freunde abgearbeitet. Puh. Da war ja ganz schön was los hier. So. Ich muss ja noch... Ich habe ja noch Aktivitäten hier. So. Äh. Was ist das? Fame Magazine. Du bekommst 20 Autogramme. Okay. Erstell und bewerte. Deine Looks. Drei Laufs erhalten. Oh, ich habe da... Oh, hä? So. Hä? Okay. Was ist das? Universal Love. Hi. Ihr seid mich befreundet. Aha. Okay. Alles klar. Sie ist zu hoch für mich. Aber was... Einforderung. Ah, jawohl. Da habe ich jetzt... Da habe ich was gekriegt. Ich... Ich habe was gekriegt. Erstell und bewerte. Aha. Das habe ich gemacht, ne? Genau. Hat eigentlich jeder immerhin schon mal... Mein Pulli gedinkt. Kann man das sehen? Boah, so viel Fame. So viel Fame, Alter. Bling, 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 bling. Ah. Das ist so viel Bling, bling. Wo sind meine... Eigentlich meine... Meine Dinger hier? Ich kann doch da irgendwo... Meine Outfits, oder? War das da? Ne. Ey, aber das mit dem Video laufen, das geht immer noch nicht. Ich klicke auf ein Top-Tab. Ah. Stimmt genau. Mode. Mode. Da war ich noch nicht. Das muss ich noch weitermachen. Äh, 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 Shopping. Äh, Kleidung. Okay. Und auf Top. Kaufe zwei Top-Gegenstände. Boah, war es zwei? Echt? Ja, was gibt es denn geiles? Was brauche ich denn mal? Brauche ich denn mal eine neue Hose? Ah, da habe ich mir schon eine gekauft. Ne, wieso kostet die hier 400? Die habe ich doch letztens für 200 irgendwas gekauft. Ich glaube, ich bin. Äh, was ist denn günstig? Was ist denn? Ich will nicht viel Geld ausgeben. Ich bin eher so der Sparfuchs. 150, das habe ich schon gekauft. Mann, ey. Da muss er noch was günstiges geben. So, schau mal, was es noch Top gibt. Ew. Blach. Blach. Äh, okay. Guck mal, Heavy Metal Core. Ne, hier die Schmetterlinge, oder? Komm, die Schmetterlinge sind's. Komm, kaufen für 100. Jawohl. Kann ich mir auch Schuhe kaufen? Alter, sind sie teuer. Wieso sind sie so teuer? Okay, ich kriege schon wieder Bling-Bling. Äh, äh, ich brauche noch einen geilen Gegenstand. Ich brauche noch irgendwas cooles. Die Sandalen für 200. Wieso sind sie so teuer, ey? Das gibt's ja nicht. Öh, mein... Oh, mein Verband ist auf einmal weg. Wie krass. Wie krass, mein Verband ist weg. Womit habe ich das verdient? 600. Ne, ich brauchte mal eine Brille, habe ich gesagt, ne? Genau. Genau, ich brauchte mal eine Brille, Leute. So, Erzert. Boah, Alter. Ja, leck mich fett. Das ist ja mal übelst krass. Die da. So, oder die da. Oder die. Okay, die blaue fand ich jetzt schon ein bisschen geil. Oh. Ah, nein, das ist nur für VIPs. Schade eigentlich. Okay, so eine Harry Potter Brille. Was sagt der dazu? Harry Potter. Oh, mein Gott. Harry Potter. Ja, die Shades sind auch mega krass einfach mal. Okay, okay. Aber ich achte natürlich auch auf den Preis. Ich muss es mir auch leisten können. Die sind ja alle ganz schön teuer hier. Das kostet ja alles ganz schön viel Geld. Kann ich denn dann nur Brillen auch mir angucken? Geile Taucherbrille, Alter. Ne, da war doch, war doch, war doch da nicht was. 400. Wie sind die alle so teuer? 350. Ich hätte gerne eine coole, eine normale Brille. Oder ne, ich hätte... Was war denn die am Anfang? Die war doch auch ganz geil, oder? Ja, komm. Ey, was ist denn das? Ja. Ha. Ja, das ist natürlich auch sehr geil. Achso, ne. Ja, okay, komm. So. So. Jawoll. Beste, beste Brille ever. Bling, 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 bling. So, okay, alles klar. Ich habe eine tolle Idee. Wie wär's mit einem Umstylting? Was? Ich habe mich doch erst... Ich habe mich letztens schon zweimal umgestylt. Mann, Alter. Wie oft muss ich mich denn hier umstylen? Geh in die Schönheitsklinik. Ja, genau. Geh in die Schönheitsklinik. Was ist das? Oh mein Gott. Oh ja, komm. Au, au, au. Was für hübsche Augen. So, das sah schon so ein bisschen gruselig aus. Ist ja geschminkt, ja, tatsächlich. So. Uh. Oh, oh. Ja, geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, okay. Kann ich das rückgängig machen? Nein, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja. Geil. Okay, warte. Achso, ein Augenpaar. Ich muss ein Augenpaar auswählen. Oh, jetzt habe ich solche. Nein, ich will das nicht kaufen. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ich darf nur das Augenpaar machen. Okay. Was ist denn billig? Die waren doch ganz schön, oder? So, so offen. Die waren doch ganz. Ah, die darf ich eh nicht, ne? Die sind doch für VIP. Ja, die sind doch, die sind doch. Die sind doch nett. Oder die hier? Ah, du musst ja die Farbe ändern noch. Ich habe nämlich gar keine grünen Augen. Welche sind denn freundlicher? Die sind so ein bisschen asiatisch. Nehmen wir die. Der Gesichtsausdruck ist einfach zu geil. Okay, dann ändere die Farbe. Äh, wie kann ich denn das machen? Ich habe doch gar nichts gemacht, Mann. Ich habe doch gar nichts gemacht, Mann. Die, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt in den letzten Folgen. Da habe ich vielleicht noch nicht nachgeschaut. Animation. Oh Gott, ja, ich will sowas. Das ist schon einfach mega. Das passt zu mir wie die Faust aufs Auge. Okay, okay, okay. Moment, Moment, Moment. Wo komme ich hier rein? Wo komme ich hier? Hier, da. So, komme ich hier meinen Style. Oh, ich habe schon so viel gelernt, Alter. Geil, okay. Das nehme ich. Wo ist meine geile Hose? Ich hatte mir doch so eine geile Hose gekauft. Wo sind die? Wo sind meine geile Hose? Und hat jemand jetzt schon mein Ding runtergeladen? Wo sehe ich denn das? Meine Designs. Äh, äh. Hier? Nee, das ist Karriere, ne? Was ist das? Nee, aber wie sehe ich denn denn so meine Designs drin sind? So, meine Kleidung. Nein, 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 nein. Mein Profil. So, jetzt schau mal. Wo sind meine Designs? Da. Ah, da, da. Oh, das hat einer, jemand hat das schon geloft. Wer hat das geloft? Hat das schon jemand, hat das schon jemand gekauft? Wer hat das geloft? Kann ich das sehen? Ist das dann hier im Shop? Kann man dann noch suchen? Kann man dann nach irgendwelchen Sachen suchen hier? Meine. Aha. Hat, ah, jemand hat das schon geloft. Der Packy Blabla Shirt. Was heißt denn, verkaufen? Durch den Verkauf verdienst du, Dings. Wenn du Design kopierst, musst du verkaufen, können andere Utilise als günstig kaufen. Äh, äh, achso. Okay, dann verkaufe ich das mal. 20. Okay, und jetzt? Film durch Verkauf. Ah, okay. Und jetzt kann, das wird das hier verkauft, oder was? Oder, oder wie, wie funktioniert das? Ich hab doch keine Ahnung. Okay. Ah, guck mal. Da können wir doch so Packy Brandings machen, oder? Warte mal, da findet ihr so ein Top auch noch dafür, dass die Mädchen noch was davon haben, oder? Ähm, das find ich jetzt schon ganz wichtig, ehrlich gesagt. Komm, wir machen das nur mal. Hier, wir brauchen nur mal. So. Ne, wo ist er denn? Der Blabla. Das ist meiner jetzt. Okay, den dürft ihr nicht verwenden. Das ist nur meiner. Auf dem Bauch? Ne, eher so auf der Brust, oder? So, das ist ein bisschen besser. Okay. Packy. Girlie. Blah. Ja, das können auch jetzt die Girls, können das hier kaufen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hab ich eine Männerkollektion. Also, die Mädchen dürfen natürlich auch den Hoodie kaufen. Das ist ganz klar, ja? Ähm, Bewertung abschicken. Ja. Natürlich will ich das. So, komm. Fame. Das gibt Fame, Alter. Fame. So, verkaufen. Machen wir auch mal gleich hier 10, 20 Stück. So, bam. Okay. Okay, okay. Also, das sind meine Verkäufe, oder was? Das dauert wohl ein bisschen. Wer hat das hier reingestellt? Love it. Ah, da kann ich... Das hat der Yolo-Bro, hat das gemacht. Ah, guck mal hier. Der Yolo-Bro, der macht hier Fashion. Na, ganz schön abgefahren. Aha, aha, aha. Der Yolo-Bro, also, ja? Das ist ja knallhart. Oberteile. So, das ist auch nice. Ja, das ist ein normales weißes T-Shirt. Super. Come on. Okay. Okay, 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 okay. Also, da schauen wir mal, ob dann jemand auch meine Kleidung lov'd. Also, das sind mal die Blah-Shirts, können es mir, okay? Ich verkaufe die Official Blah-Shirts, ne? Nur bei der echten Päcki kaufen, ja? Sonst bei niemanden. Nur Blah-Shirts kauft man bei der echten Päcki. Okay, gut. Okay, was kann ich jetzt machen? Bin ich jetzt fertig? Habe ich das Spiel durchgespielt? Oh, was ist das? Oh, hallo. Ah, geil. Wow. Wow. Bling. Bling. So viel Bling, ey. Meine Brille ist einfach so mega geil, oder? Das ist die beste. So viel Blinge ist einfach so mega geil, oder?